Hallo und willkommen zurück zu Farquay 4. Heute machen wir ein bisschen Arena. Also soweit ich das richtig verstanden habe, ich habe ein bisschen geguckt. Und im Endeffekt kommt es nur auf die Punkte an und Stealth-Kills und auch Headshots bringen recht viele Punkte. Also mit anderen Worten, Nahkampf-Kills zu machen ist eigentlich sogar relativ gut. Das heißt die Waffen-Limitierung, ja die ist halt da, aber keine Ahnung. Man sollte immer irgendwie in einem der Ecken sein, wenn die Leute spawnen am wenigsten in der Mitte. War noch so ein Tipp. Das ist ein still normaler Takedown. Knappschuss. Wir sind aufhör mit 20. Achso, normaler Kill. Hätte falsche Knapp gedrückt, der mit dem Roster ist ja gerade gedrückt. Oh gut, schauen wir mal, ob ich damit mehr Punkte kriege. Ja. Ja. Die 1000 ZD in die Eröffnungsrunden keine Probleme überwaltet. Lasst uns die Spiele draufsetzen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hilfe, nein, schnell, nein Ach, Mann Dieser beschissene Tiger, Neustart Wäre der nicht gewesen Warum musst du denn auch auf mich gehen? War doch genug andere Ziele da Geh auf Ich brauche halt Funktionalen, damit ich überhaupt weiß, ob's gescheit funktioniert Am besten aber links klickspam, wenn ich wen kille, wenn ich auch ja diesen Take da machen kann Genau, ich weiß, dass wir uns können heute auch nochmal mehr Punkte als der normale Genau Genau Pfff Ich weiß nicht, wie ich die Tiere besser umbringen kann Eigentlich sind die Menschen die Finger, wo man Punkte farmt Ja, mein Gott, Alter Ich weiß, da war gerade eben nur das Take down symbol Ja, okay, da war auch gerade eben nur das Take down symbol, aber nein, der musste normal schlagen, der Sack Ich guck mal, ob ich vielleicht die bessere Shots nahe Ich guck mal, ob ich vielleicht die bessere Shots nahe Ich guck mal, ob ich die bessere Shots nahe Ich guck mal, ob ich die Finger haben und meine Ex-Frau Die Runde ist jeden Moment zu Ende. Ah, schmeiß mir mal was zu, ihr Säcke! Mann! Ah ja! Okay, auch gut. Ah, ich dachte, das funktioniert vielleicht. Aber mir fehlt, glaube ich, was. Tap. Ah, ich kann meine Skills nicht sehen. Es gibt aber, glaube ich, Massentakedown oder sowas. Und das habe ich nicht. Ah, ich darf ein Fahrzeug-Kerkammer rauchen. Das könnte, glaube ich, massiv helfen hier. Ich bin überzüglich sicher, dass ich hier einen nach der anderen hätte Takedown können. Zumindest wäre das meine Infektion von einem Massentakedown. Ah. Ah. Alles klar. Dieses Mal hab ich nicht so viele Kills die Runde bekommen Komm schon Ich schmeiß mir anscheinend nix her 250 Punkte, das war nicht schlecht was ich gerade getan hatte mit der Doppelkill da Das war nicht schlecht was ich gerade getan hatte mit der Doppelkill da So, 1-10 Das ist weit weg Mist Warum hat der mich auf einmal gesehen Du verdienst es nicht zu Und der ist euch gerade Wir brauchen ein Zerman Schau Wir brauchen ein Zerman Der ist dreckig Wir brauchen ein Zerman Wir brauchen ein Zerman Der ist so gut Was? Du bist schlimmer als dein Freund! Oh mein Gott, Alter! Egal, ich hab'n Kopfschuss noch da durchgelandet! Also, ich behalte die 500, ich weiß nicht, ob die 1000 erfolgreich zum Ende. Ach Mist. Aber eigentlich war ich in Kopf regend. Okay, das war zwar kein Takedown, aber gut. Mensch, warum weiß der auch genau, wo ich bin? Sollt ihr mir gehen? Wollt ihr eure Freunde beeindrucken? Dann kämpft in der Arena! Ach so! Gut. Die kann man nicht wirklich grinden, also ich mein, ich kann die in den Nahkampf killen oder sowas. Wie genau soll ich da aus, aus dem Viech halt Punkte rausgeweilen? Auf acht Torwart hochkommen wär' egal. Okay, ich weiß es so. Pfff, Messerwaffe Takedown ist richtig geil. Wer nicht bettet, kann nicht gewinnen! Ganz einfach! Ich weiß nicht, was meine letzten Punkte waren, hätte ich gesagt. Ich weiß nicht, was meine letzten Punkte waren, hätte ich gesagt. Ja! Ich hab alle fünf! Wie viele Punkte hab' ich bekommen? 710! Also 710! Reicht aus für fünf Punkte! Und damit ein Pokal! Ich hab' ein Origin Edition mitbekommen, was ich nicht nachgucken kann, weil ich keine Ahnung habe, wie man das öffnet. Äh! Äh! Nicht Origin Uplay! Laber ich hier! Ah! Fortfahren! Ja! Ach so, den Pokal geht's quasi immer, wenn du gewinnst. Und hier hab' ich quasi fünf davon, okay. Dann hab' ich jetzt mal die Skorpion. Ich weiß, es wird vielleicht ein bisschen langweilig, weil es immer wieder die selber Arena ist. Und dadurch, dass ich schleiche, ändert sich das Gameplay kaum. Aber ich möchte hier überall diese Sterne haben. Also, wenn ihr keinen Bock auf eine Arena habt, dann könntet ihr den Part locker, könnt ihr den Part ruhig skippen. Fuck! Oh! 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 Perfekt! Granatentakedown ist übrigens auch ziemlich effektiv, also der bringt auch recht viele Punkte. Oh! 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 Das geht kaum Ja, einfach nicht im Ausdruck hast du Spam! Okay, das war ein normaler Kerl, aber egal! Fuck! Wenn! Pfff! Es ist vorhin gemerkt besser, wenn welche leben, die gegeneinander kämpfen. Also besser für mich, weil... Keine Knappe! Du bist dran! Und damit ist eine weitere Runde! Lass das Tritt weitergehen! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Was ist der Wille, Alter? Der ist einfach auf einen Schlag sauber weg gewesen. Perfekt! Da lebt der wohl noch ein... Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ja, in den Runden kann ich nicht so viel Cash machen, weil die Tiere die echt schnell umbringen. Keine Knappe! Du kannst ja nicht ewig drin bleiben! Odin! Wie der Feeling geht! Wo bist du? Und wir ziehen uns! Pfff! Ach, Mensch! Der ist... Die AI ist gar nicht so dumm in dem Spiel! Er versucht da rumzulaufen, damit ich ihn wieder von hinten sehe. Aber nein! Der dreht sich einfach eiskalt mit! Der ist echt gar nicht so dumm! Der ist echt gar nicht so dumm! Der ist echt gar nicht so dumm! Der ist gar nicht so dumm! Du kannst ja nicht so dumm! 755 55 aber ich bin schon drin das reino jacobel vergessen nein hilfe irgendwo dort ist was explosives nehmen wir auch nein ja das ist leicht repetitive muss man sagen naja ok das war es natürlich die scheinen gerade nicht lieb zu sein die schmeißen keine ok es sind schweine die dürften die nicht so schnell umbringen so so Danke. An Granaten hab ich bislang auch noch gar nicht gedacht, aber Ah, nein. Da kam welche raus, okay. Die Kämpfe sind viel spannender, wenn man Geld gesetzt hat, platziert euer Deck. Okay. Und der vier. Ja. 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 Gut. Der Bürstigen rumjittern kann auch helfen. Okay, gut, das ist kein Geld dann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Ja. Perfekt. Perfekt, hab ich zwei Spritzen. Wie setzt zur Runde. Für die letzte Herausforderung. Ich krieg es gerade nicht ein einziges Mal hin gescheit ranzukommen. Es explodiert gerade so viel mich herum, dass du nicht sagst. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit der Explosion-Kaffee noch auf 700 gekommen bin. Ich glaube nicht. Ich hoffe, es reicht. 675. Ja, das ist auch noch genug. Also auch unter 700 noch bei 675 habe ich auch noch genug Punkte. Okay. Ich frage mich, warum das gelockt ist. Obwohl die Waffe fehlt. Okay, SDG 90. Ja, das ist echt wichtig. In der Körpers Arena. Gleich Ende der grössten Spiele in Küran. Ein Racken. Wir nehmen die Schmutzbegriffen hier. Was ist das? Das ist das. 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 Was? Und das richtig Gute daran ist, das Ding ist einfach vollgas zielsuchend. Okay. Ist echt ein bisschen schade, weil es wird halt total repetitive durch Tatsache, dass man einfach immer nahe kauft. Ich wollte eigentlich die Take-Down machen, aber es hat nicht so ganz funktioniert. Boah, Alter. Das Ding fahrt der Anarkov-Kill, das ist einerseits, ich kann Insta da einen anderen mitkillen, das bringt nochmal mehr Punkte. Weil ich da 50 krieg für den Kill. Was? Hier durch Gegenstände durch, richtig geil. Ehrlichkeit durch die Statue werfen, super genial. Damit ich mir noch eine Menge Punkte schnetzen kann. So, der habe ich noch gar nicht gesehen eigentlich, aber naja. Was? Vorbeiseite vor, ich mach dir schon ins Hölzchen. Doch, ich... Sonst könnt ihr dich gewinnen! Lass die nächste Hunde beginnen! Ich wollte, dass die beiden Wehren nach oben geht! Oh, fuck! Ah, nein, 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 nein! Wer nicht hätte, kann nicht gütten! Ganz einfach! Pfff! Ich habe auch schon genug Punkte! Das heißt, dass ich auch meine Heilung rein! Und wäre einfach so ein Mistiker spielen! Ach... ... Halt! Halt! Ja. Ja. Gut. Warte mal kurz, ich wurde angeschrieben. Ich würde sagen, wir haben heute eine Schwerter Part. Das sollte der letzte Runde sein, dann sollte es 40 Minuten sein, dann sollte das genug sein. Oh, ich habe was zu tun. Okay, ich würde sagen, ich gehe dort hin. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich diesen Shane Takedown hätte, dann könnte ich wahrscheinlich auf einen Schlag sogar eine ganze Tür auseinandernehmen, vielleicht. Aber das Erste, ach Mist, ich habe den Rücken getroffen. Das Erste soll mir die Art von Takedown, die ich habe, reichen. Okay, das sind echt viele Kugeln. Ist... Nicht illusions. Micke. Können wir die Runde beginnen mit? Wie kämpft wir die Runde? Dann haben wir die Runde gezogen. Rücken. suite. Wie Às din runde drückt! Oh my god. Aber ja, ich nicht. eine granate ich sehe keine lebensdinger hier ist eins alter kam herr als wir 62 lebenspunkte bekommen ja ich nenne es mal lebenspunkte es ist glaube ich ein bisschen random es kommt nicht immer aus derselben tür dieselbe menge allen gegner und auch nicht immer zusammen zeit ist irgendwie random welche türen waren öffnen aber ich will menschen schütten bringen wir punkte die fischerweise gar nicht ob man die headshotten kann vielleicht ja gut statt kurz takedown da also er hat mich kurz noch mal richtig sehen könnte ich jetzt eben hier stand ok ist egal 1 die letzte runde wir mussten auch so 600 punkte hochkommen das kann auf jeden Fall hinhauen ok da war leider niemand in der nähe ok da war 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 das ist ja super geil ok da ist glaube ich genug punkte gut gut wir haben 1 2 3 4 5 geschafft und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es sind noch ein paar vor uns. Ich würde sagen, wir werden nicht vergessen und weiter geht's in den nächsten paar. Ciao!